Tja, was soll ich sagen? 200 Abos, ne? Danke an alle meine Abonnenten, selbstverständlich auch an meine Zuschauer. 200 Abos ist jetzt vielleicht nicht so ganz viel, aber ja, ich finde das schon sehr toll und nochmal danke an alle. Ich habe auch so ein paar kleine Fans, sag ich mal, die fast immer meine Videos gucken. Ja, ich habe sogar, eine kleine Überraschung, sag ich mal, ich habe einen Zweitkanal geöffnet. Ja, ist vielleicht jetzt nicht so etwas Besonderes, aber seht einfach selbst.